Geht's ja richtig ab. Die Hiryu. Aber die Mission fangen wir mal gleich an. Erst so ein paar leichte Gegner. Oh ja, sehr hohe. Power, Power ist immer gut. Wir werden sowas von drauf gehen. Wir können aber auch da liegen, weil die anderen ja auch permanent am Abtauchen sind. Die Raketen immer gut. Meine Raketen machen gut Schaden. Oh, eingesammelt und draufgegangen. Das darf doch wahr sein hier. Jetzt haben wir, glaube ich, so eine ganze Fliegerstaffel von denen. Aber die Raketen sind gut. Ich muss noch passen, dass ich nicht ganz nach hinten mich fallen lasse. Weil da auch Gegner auftauchen. Und bei Berührung bekommen wir Schaden, aber wir haben's geschafft. Sogar zu 100%. Round 6 clear. Ja, perfekt. Bin ich voll d'accord mit? Bin ich mir klar? Mit was war das Jugendwort vom letzten Mal noch? Smash. Smash. Ise. Ja, jetzt smashen wir Ise. Wer benutzt das? Jetzt haben wir unsere Rockets gar nicht mehr. Das ist ja doof. Gott, lasst mich doch in Ruhe hier. Man kann es übertreiben. Seriously, man kann es echt übertreiben. Oh, ich wurde auch geschossen. Aber immerhin, dann wird einmal kurz auf dem... Oh, oh. Mit dem Schirm alles leergefegt. Finde ich gut. Nicht fair. Man kann es übertreiben. Hä? Aber das sind doch... Ich verstehe es nicht. Die Schiffe sind doch am Boden. Okay, ganz am Rand zu bleiben ist auch blöd. Gut, das war so ein Zeitschuss auch haben. Dann können wir... Oh, oh Gott. Das wäre ja... so setzt man die Welle an, wir sind sowieso im Eimer haben wir ein bisschen Power bekommen oh ich rieche Boss machen wir Flutwelle können parallel sogar noch drauf schießen jawohl, haben wir Bäm, da ist die Zitadelle in die Luft geflogen oder die Brücke oder was auch immer aber ist auch eklig wenn man die Lebensenergie weg hat also stell dir mal vor, ihr werdet jetzt in so einer Arcade müsstet ihr immer wieder eine Münze einschmeißen wenn ihr den Special auch mit einsetzt Hiryu hatten wir doch gerade schon oder bin ich jetzt doof oder ist das so ein Endless Game ich habe absolut keine Peilung ah ok, jetzt haben wir wieder unsere Unterstützer die schon wieder meiner sind so ey, lasst euch das mal durch den Kopf gehen für den Special verliert ihr Lebensenergie und wenn ihr zu wenig Lebensenergie habt müsst ihr Münzen dafür ausgeben aber da ist schon so zweischneidige Schwert auch ok, jetzt können wir zum Beispiel schon nicht mehr ach komm, wir probieren es jetzt einfach wieso Visual Contact wollen mich doch alle verarschen, ey ach komm, wir setzen sie ein Flut, Welle, Marsch und again we're going down 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 ja komm schon alter Verwalter das ist doch nicht mehr normal hier sie auf dem Bildschirm abgeht ich müsste es aber geschafft haben glaube ich jawohl 100% sogar returning to carrier Mission 8 ich habe keine Ahnung wie viel Rounds es gibt ganz ehrlich sorry Leute Ayaku schon wieder schon wieder Ayaku wie wiederholt sich das hier permanent oder kann man das Spiel überhaupt durchspielen eine Frau für einen Freund Gott das Willen ey ich empfehle niemanden dieses Spiel einfach mal so locker flockig zu spielen weil das klappt nicht ja das war klar Visual Contact fand ich die Ninja Sterne aber besser jawohl den haben wir haben wir auch da haben wir ihn wieder man muss mittig auf dem Bild bleiben und das ist das was ich persönlich nicht so ganz leiden kann weil ich dann einfach viel zu wenig Zeit habe auszuweichen oh brauchst du da haben was ach er wieder ja da bleiben wir einfach dahinter wir haben ja unsere Superpower und ja das ist jetzt Absicht aufpassen müssen wir aber trotzdem ja jetzt wurden wir einmal abgeballert ah wir werden hier noch öfters drauf gehen also so ist es nicht allzu viel kann der doch nicht mehr aushalten oh ey einmal ganz kurz berührt und schon ist vorbei ein bisschen complete ja 60% destroyed ja okay sehr gut round nein clear Alter das ist ja wie so ein Boxkampf hier geht das hier wirklich über die volle Distanz zwölf Runden ich weiß es nicht ich weiß nicht ich könnte im Netz nachgucken hab jetzt aber keine Lust Mutsu Mutsu hatten wir glaube ich noch nicht was ist Mutsu ist das ein Flugzeug oder ist das ein Schiff unten läuft auch ein Timer runter ich weiß nicht warum ist das unsere Spritanzeige oder oder ist das extra gemacht wieder auf 25 ich verstehe es nicht wo stürzen wir ihn automatisch ab man kann ja sein wer bin ich dass ich sowas weiß ich hab doch von solchen Arcade Dinger nicht allzu viel Ahnung das war jetzt aber gemein weil wir da praktisch gesehen gar nicht durchkamen das war schon fies ja komm weg mich wieso Visual Condor warum ich verstehe dieses Spiel nicht sorry aber zum Teil verstehe ich das Spiel einfach nicht aber jetzt haben wir das eine Schiff schon mal schachmatt gesetzt Power Power ist immer gut oder haben wir nur so lange unsere nein falsche Taste scheiße einhoffen wow ich glaube das ist Mutsu ich weiß ich kriege hier gerade Damage on demand ist mir auch eigentlich sowas von gerade vollkommen egal wir werden jetzt Mut jawoll wir haben Mutsu platt gemacht 100% sogar ja ja Moinsinn aber auch Runde 10 clear ich hab jetzt einfach äh Münzen Daihiri Yu haben wir auch schon 10.000 mal platt gemacht warum ich verstehe dieses Spiel nicht gut unten die Zahl die ist außerhalb meines Bildschirms das ist wahrscheinlich das Problem ihr könnt sie wahrscheinlich erkennen ich nicht oh jetzt kann ich jetzt mal wieder so schießen es geht wenigstens über den gesamten Bildschirm was für mich vorteilhaft ist alles plattschießen hier ich glaube ich bleibe einfach hier hier ist ein guter Spot äh oder auch nicht nicht mehr besser gesagt es wird nicht besser yay Raketen ja die ballern ordentlich also vierfach Raketen jetzt ist das hier nicht die die Hai Riu nee ich glaube das ist die gesamte Fliegerstaffel Boss Rush Modus egal wir hauen einfach alles kaputt wir müssen es aber haben ja man sind wir gut umst round elf clear finde ich gut нат matte gar vor ganz glän s glän 二